Hallo, wir sind Leonie und Christian und unser Hund Buddy. Buddy ist wahrscheinlich der erste zweijährige Hund, der zum zweiten Mal ans Nordkap kommt. Und das ist unser Plan. Fahrt zum Nordkap und über Finnland und Schweden zurück. Untertitelung. 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 Guten Morgen. Jetzt sind wir auf den Luftfoten. Vorher waren wir, ich weiß nicht wie man das ausspricht, Weste Hallen oder so, das wusste ich gar nicht. Ich hätte gedacht wir sind auf den Luftfoten. Aber hier überall die Wohnmobile stehen hier, habe ich eingenistet. So sieht das auf den Nofoten aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der Hafen, wo wir vor zwei Tagen angekommen sind, hier auf den Inseln. Und jetzt haben wir praktisch zwei Tage für Dalit, für die Bilder in die Reine. Und dass wir auf den Befoten umheiern können. Hat sich aber auch gelohnt, muss ich echt sagen. Zwei Tage. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Bavik. Das sind circa 120 Kilometer noch. Ich denke, dass wir da einkaufen gehen können. Und der Motor schon mit dem Campingplatz genommen ist. So, das waren die Westphalen und die Lofoten. Im nächsten Teil geht's dann wirklich zum Nordkap. Wäre schön, wenn ihr ein Abo dalässt, auf die Klingel drückt oder auch ein Like. Und dann geht's dann noch auf den Weg. Und dann geht's dann noch weiter. Und dann geht's dann noch weiter. Vielen Dank.